So, und was ist dann noch die Reise vorher, die vorgesehen ist, noch vor Sizilien? Gibt es da auch noch einen Plan? Ja, da gibt es natürlich auch eine Reise, und zwar nach Sibirien, wo es ein bisschen kälter ist. Aber nicht im Sommer, im Sommer ist das schön. Im Sommer ist es warm, ja. Sogar sehr warm. Ja, mit wärmer als hier. Na ja, mal schauen, ob ich da ein Bild male. Ja, vielleicht ein Bike-House, ja. Na ja, im Bike-House, der ist schon ein bisschen weiter weg, aber wir haben Gorni-Altai, das ist eben ein Teilgebirge. Gebirge, okay. Das ist sehr, sehr schön, also ich denke mal, ich könnte ein Bild hinkriegen. Gibt es da auch, jetzt im Sommer, gibt es da auch Schnee auf den Bergen, oder ist das dann zu warm? Doch, der Schnee, der liegt da immer. Ach so, das ganze Jahr. Ja, das ganze Jahr durch liegt der Schnee. Ja, und da könnte ich auch ein bisschen rummalen. Da gibt es dann mal so ein Bergmotiv. Ja, mit Gorni-Altai. Ja. 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 Ja.